Moin, Servus und herzlich willkommen liebe Wikinger. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch, wie man das Fliegenpilz-Rätsel in Granthar Prükshire löst. Das Fliegenpilz-Rätsel befindet sich auf einer Insel. Diese wird Elge genannt, im Südosten des Klosters. Dieses Rätsel verlangt von uns, drei blaue Feuer in der richtigen Reihenfolge anzuzünden, um anschließend das Tor zu aktivieren. Sobald ihr das Rätsel aktiviert habt, schaut zum Tor, das euch am nächsten ist. Geht dann im Uhrzeigersinn und zündet Feuer 1, 3 und 4 an. Wenn ihr das in der richtigen Reihenfolge erledigt habt, und wir nun die richtige Reihenfolge angelegt haben, sollte das Tor hinter euch erscheinen und ihr könnt durchgehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Guide helfen und würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Da unten, rechts. Und ganz wichtig, richtige Pupsis. Die aktivieren auch die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Das ist meetings der ersten Reihe. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020